Eure Nummer 1, direkt vom Wüstenplaneten hier ins Easy-Auensee nach Leipzig-Dune und Hand in Hand. Und da haben wir sie hier. Wem darf ich ihn überreichen? Der Dame, der Dame. Sagt mal, ich habe euch letzte Woche live erleben können in Worbis, wo habt ihr diese Kraft her? 50 Minuten-Set oder sogar eine Stunde und immer nur Power. Wie erholt ihr euch? Wir erholen uns in unserem Auto, wenn wir zurück nach Hause fahren. Müsst ihr da auch trainieren oder so? Ja, man muss schon trainieren und momentan ist wirklich sehr wenig Zeit. Das heißt, irgendwie die Auftritte selber halten führt. Das ist das Training momentan. Würdest du es einem Mädel raten, die zwölf Jahre ist oder so 13, so etwas zu machen, Tänzerin zu werden? Auf jeden Fall. Okay, schönen Dank, dass ihr hier wart. Mit dem großen Geier, den müsst ihr ganz festhalten. Der ist ganz schön und ganz wertvoll.